Belagerungskrieg vom Felswach beginnt in 15 Minuten. Guck mal hier, der ist rot. Der hat eine rote Kutte und ein rotes Leben. Wir sind... Wir sind blau. Ah, wir sind eine Gruppe. Blau. Was heißt grün? Grün ist Gilde. Grün ist Gilde, blau ist unsere Gruppe und rot sind... Oh, 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 oh. Ich hab ein ganz schlechtes Gefühl. Die schlimmsten Befürchtungen könnten wahr werden. Kurz, kurz schillen. Der Bestmama von Pirate hat irgendwas gemacht und die können sich gegenseitig angreifen und sie greifen sich gegenseitig an. Man kann sich gegenseitig angreifen und sie tun es auch. Die Verteidiger stehen oben und lachen sich kaputt. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wir haben jetzt erst zwei Minuten gespielt. Plünderung, zwei Minuten dreißig. Hier oben rechts sieht man auch ein bisschen was. Das ist die größte Grütze, die ich je in einem Videospiel gesehen habe. Ich habe, glaube ich, noch nie was Schlechteres gesehen. Wie kann man sowas designen? Das kommt auch noch dazu zu diesem Shitfest. Hast du auch noch eine Performance, die unterirdisch ist. Ich spiele hier auf der PS5 Pro. Komplett neu gerade rausgekommen. Und die kann nichtmals ansatzweise die Leute alle rendern. Geschweige denn in 60 Frames hier rumlaufen. Guck mal hier, guck mal hier. Die ersten Golems gehen rein. Die ersten Golems gehen rein. Frage ist, wie doll kommen die rein? So, die sind durch. Tatsächlich, die Burg ist offen. Aber wie sollst du hier gegen 95.000 Gegner kämpfen und irgendwas hinkriegen? Und jetzt sind hier auch Verteidiger. Und guckt euch das Shitfest an, an Framedrops und Leuten und so. Das Längen liegt aber definitiv an der Konsole. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist die PlayStation 5 Pro. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Habt ihr Bock? Hört mir zu und sagt mir kurz mit einem Plus, ob ihr da Bock habt, das zu versuchen. Die 4. Wir versuchen die 4 zu erobern und uns einen Golem zu holen. Einmal einen Golem. Wir können den einnehmen. Wir haben genug, Leute. Nein, ich wollte ihn nehmen. Ja, ja, ja. Beschützt mich. Ich hab ihn. Jetzt holt euch einen Golem. Holt euch einen Golem. Ganze Clan, holt euch einen Golem. Und tötet den. Alle töten da. Ich komm sofort wieder. Beschützt das, tötet die. Holt euch einen Golem. Wer ist das? Ist das einer von uns? Ja. Wir sind das. Wer ist das? Wer bist du? Lexi. Ja. Beschützt das Ding. Die Sache ist, wisst ihr, was ich glaube? Man nimmt das ein, holt sich einen Golem und dann geht man weiter. Ey, ich muss mal ganz kurz sagen, ne? Props an unsere Gilde, dass wir das geschafft haben. Ne, ne, krasse Props an unsere Gilde, dass wir das geschafft haben. Woher soll ich jetzt hier wissen, wer tatsächlich Verteidiger ist und wer nicht? Wisst ihr? Woher soll ich das wissen? Und den hier, den hier einzunehmen, das wär's, ne? Ich komm aber nicht durch. Ja, Lexi, kill sie alle. Kill sie alle! Wenn wir das einnehmen könnten, dann könnten wir vielleicht eine Klauung machen. Ich sag ganz ehrlich, unser Plan war gar nicht so schlecht. Nur wir waren... Wir hätten... Ja, ne, das war gut. Gut gespielt. Gute Idee gehabt, Leute. Aber es ist so ein Shitfest, ne? Ich hab irgendwie zwei FPS. Wirklich. Ohne Spaß. Und es ist so am Rumläggen. Seht ihr das? Sieht man das eigentlich, wie es hier am Rumläggen ist? Ich kann überhaupt gar nichts machen. Ich kann hier überhaupt gar nichts machen. Ich hab irgendwie ein FPS oder so und ich kann nichts drücken. Ich besag aber ganz ehrlich, ich hab ein kleines Erfolgserlebnis, weil Pat Lexi ein Golem war. Das ist für mich, das ist für mich schon ein Win. Sag mal, haben wir hier einen Stream-Sniper oder wieso werde ich hier auf dem Weg dahin die ganze Zeit weggeknallt? Von wem? Ich bin echt stolz auf die Gilde. Also, dass wir einmal das Ding hier eingenommen haben und ein Golem geholt haben gegen 95.000 andere Leute, da muss ich sagen, das haben wir echt gut gespielt. Ich würde so echt so gerne da drin einmal plündern, aber es ist unmöglich. Ich meine, wir sind jetzt hier zu viert, Leute. Das sieht ganz gut aus. Aber ich hab fast das Gefühl, dass es unmöglich ist. Ich geh mit Asperia, der kennt sich aus. Aber es ist trotzdem so dumm, wie oft man hier gekillt wird von wahrscheinlich Angreifern. Aber die Angreifer wissen ja auch nicht, ob ich ein Angreifer bin, ob ich ein Verteidiger bin. Das ist eigentlich so asozial. Ist das immer mal Pat Lexi, Alter? Ne. Ach, das ist so nervig. Immer dieses Hoch. Für das, wie es aufgebaut ist, dass alle gegen alle kämpfen und man quasi nur mit seiner Gilde ist und mit seinen Allianzen. Ich geh mal davon aus, dass die, die da im Thronraum sind und diese Plünderung gemacht haben, eine Allianz sind. Weil eine Gilde alleine 70 Leute kann, also wenn es so ist, dann übelst Hut ab und mega Respekt, weil das ist wirklich richtig, richtig krass. Ich muss aber auch sagen, für diese kleine Gilde, die wir sind, wo von 30, 25, 20 Leute da waren, wir haben das noch nie gemacht. Sind keine PvP-Gilde und nicht krass organisiert, bin ich mega happy, dass wir einmal einen Golem hatten und sogar ziemlich weit nach vorne gestoßen sind. Aber Spaß war das, zumindest mal aus meiner Warte, 0,00 und sollte in Zukunft nochmal so eine Burgbelagerung sein und die Gilde will daran teilnehmen, dann könnt ihr das gerne machen. Aber ich als Leader werde da nicht mitmachen. Das ist die übelste Zeitverschwendung, man kriegt nur aufs Maul. Mir bringt das, ich habe, wie viele Kills habe ich denn, bin ich hier noch drin? Ich habe 16 Tötungen und 37 Unterstützungen. Das juckt mich 0,00. Ich wünschte, ich hätte da 0 und 0 stehen und ich hätte für die Gilde einmal Lucent besorgt, hier bei dem Ding. Und ich finde, unser Plan war eigentlich auch gut, aber dass man gegen alle anderen kämpfen muss, das hat uns und mich so doll überrumpelt. Also selbst wenn wir von Anfang an gesagt haben, wir ziehen den Plan weiter durch, das wäre niemals irgendwie was geworden. Niemals hätten wir hier irgendwo mal 5 Minuten Ding gehalten. Wir hatten einmal eine gute Chance, als Lexi hier drin war mit dem Golem, aber könnt ihr ja gerne mal für alle, die daran teilgenommen haben, in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Ob ihr daran teilgenommen habt, Hut ab, falls die das hier unten noch gewinnen oder wer das gewinnt, aber dass man sich das wirklich antut und vielleicht sogar noch Spaß dran hat. Das finde ich gut und das kommt auch noch ins Video. Das ist bisher das frustrierendste Spielererlebnis, das ich seit 35 Jahren hatte. Und das kann ich 1 zu 1 nachvollziehen. Und ich weiß, ich sehe die Kommentare jetzt schon von euch, in den YouTube-Kommentaren. Heule nicht so viel rum, ich höre da nur Mi, 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 spiele halt PvP-Bild, bla bla bla, das ist ein PvP-Game und so. Nichtsdestotrotz kann mir das ja keinen Spaß machen. Wenn ich jetzt hier Barbie spielen würde, warum auch immer, und sage, das macht mir keinen Spaß, darf ich das ja trotzdem sagen, wisst ihr? Dass mir das spielt, dass mir das nicht gefällt. Ich hoffe, das ist klar. Damit will ich nicht sagen, obwohl doch, ich will auch sagen, dass das System an sich voll scheiße ist, das will ich schon sagen, aber auch, dass es mir einfach auch subjektiv überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Ich fand den Moment cool, wo wir den Golem geholt haben. Alles andere war absolute Algengrütze. Du hast keinen Überblick. Ich habe ab und zu angegriffen und so. Ich habe irgendwas gedrückt. Ich hatte keine Ahnung, was ich da mache. Da sind 20 Leute um einen drum. Ich drücke einfach alle Knöpfe und versuche irgendwie irgendwas zu treffen. Lose Liberty. So. Und ich will, dass das hier nicht untergeht. Also, wir waren nur mit 30 Leuten, 25 Leuten da. Wir haben kein PvP und sind trotzdem Platz 37. Und ich finde, ich weiß nicht, was ich da abschließend noch zu sagen soll. Mir fällt schwer, viel Positives über das Event zu sagen. Was ich auf jeden Fall positiv sagen will, dass ich absolut heftigen Respekt vor den Leuten habe, die das so krass bespielen, sich vorbereiten, absprechen, Pläne machen und so. Das wäre absolut überhaupt gar nichts für mich. Nicht nur, dass ich das Knowledge dazu nicht habe, die Zeit dazu nicht habe und auch die Lust nicht dazu habe. Habe ich da trotzdem übelst Respekt vor. Wie es ein paar auch schon gesagt haben, war für mich das Schlechteste, was ich jemals in irgendeinem Game gespielt habe. Und ich habe Gollum gespielt. Und ich sage euch, Gollum, ich hätte die Stunde jetzt gerade, wenn ich das gewusst hätte vom Knowledge, wenn mir gesagt würde, Lou, willst du jetzt eine Stunde Belagerung machen oder eine Stunde Gollum spielen? Ich würde Gollum spielen. Und ich glaube, das sagt alles. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung unter den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr das Event fandet. Ich glaube, die wenigsten werden sagen, dass sie es cool fanden. Wenn ihr nicht zu Throne and Liberty verpassen wollt, dann wird ja am Donnerstag der Tier 2 Dungeon kommen. Endlich wieder auch Content für uns Leute, für die PvEler. Dann lasst gerne ein Follow und Like da. Bis zum nächsten Mal Leute. Haut rein.